Der Tübinger SPD-Kreisvorsitzende Florian Zanetta will in den Bundestag. Der 25-Jährige wurde erst im Juni in den Tübinger Gemeinderat gewählt und ist dort SPD-Fraktionsvorsitzender. Jetzt will er die Nachfolge von Martin Rosemann antreten und für die SPD im Wahlkreis Tübingen kandidieren. Nicht in den Bundestag dagegen will die SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Gliche-Behnke. Sie möchte im Landtag bleiben und dazu beitragen, dass die SPD nach der nächsten Landtagswahl Regierungsfraktion wird.